so hallo liebe leute ja wir spielen wieder amnesia der nächste part ich weiß nicht welcher part es ist ich bin völlig durcheinander und ich mache einfach an der stelle weiter wo ich aufgehört habe nämlich an genau der stelle wo ich hier diesen bösen schweinemann vor dem bösen schweinemann gefloben bin und jetzt hier irgendwie in diesen komischen kohleabtransportierungsband bin und irgendwo ins nichts springe und irgendwo am bösen arsch der welt bin ja ihr wisst was ich meine am arsch der welt bin ich irgendwo in meiner fabrik verbindung x lagung gefahr kein offenes feuer compound x was soll compound x sein dass compound x die chemikale die schweine zum leben erweckt und mich schlagen lässt okay 30 april 1899 die kiste traf heute morgen ein ich ließ sie direkt in die werkstatt bringen der körper ist bemerkenswert gut erhalten obwohl er einen leichten aber dennoch ekelerregenden geruch von feuchtigkeit und verwesung verströmt ist es ansicht ist es an sich humanoid aber hat schwere skelettverformung erlitten der deformierte körper der rückschlüsse auf erhebliche muskelmasse und deplatzierung zulässt wird von lederband resten umgeben es ist schwierig festzustellen ob dieser unglückliche barbarische operation ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man versuchte versuche anstellte seinen krummen körper etwas mehr menschlichkeit zu verleihen was genauer ist kann ich nicht sagen aber ich rieche an ihm die kugeln der macht ich vermute dass mein großonkel schuld an seinen zustand trägt es ist also möglich wir können den körper zu einem werkzeug umformen und den fortschritt von herrn darwins evolution beschleunigen aber hier trennen sich unsere wege mein großonkel experimentiert hat menschen die aber schwierig zu kontrollieren und von sentimalität verdorben sind nein wir benötigen für unsere güter eine neue kreatur die loyal schlau stark und schnell satt wird keine ahnung bin ich hier ich fühle mich schon unwohl wenn ich betonung vom brief mache fuck ey warum ist das so dunkel hepp hepp ach hier bin ich hergekommen fuck ouch ich hoffe erst noch weiter bevor ich wieder hochgehe chemikallentransport gefahr höchst ätzend höchst entzündlich so natürlich ist wie einfach alles hier ok ok im näste er ja in der fabrik ist es jetzt still er stolpert die gasse entlang er hat einen schraubenschlüssel locker in der hand und von dem öl und von dem öl und fett herab tropfen im halb dunkel sieht es wie blut aus wundervoll absolut wundervoll ich fühl mich auch nicht so wohl hier drin muss ich zugeben ich mag so enge räume nicht kommt man 4 Frische Luft reinlassen. Oh. Erster Tagebuch eintragen. Sabotage. Die Idee hat um Pilser zugerichtet, aber im Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einen epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden. Ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht an die grausamen und unaussprechlichen Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zu Bilge. Beseitige die Überschwemmung. Befreie deine Kinder. Was ist eine Bilge überhaupt? Bilge. Überschwemmung. Oh, Krieg. Okay, ich kann aufstehen. Ich will das nicht abnehmen. Quickly, Mandus. Find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Ach du Scheiße. Okay. Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Tornen gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das vorhin geschloss ist alt, aber robust. Äh, wahrscheinlich habe ich mehrere Möglichkeiten. Das vorhin geschloss ist alt, aber robust. Nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Kannst, kannst schon einen übernehmen hier. Davon reden wir vermutlich. Okay. Irgendwelche Kolben und Chemikalien-Sachen. Und Brief. 18. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäschung geschehen, denn wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenburg-Vitae-Fusion und einem Teil Oregon-Monaden-Disperser-Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden. Die Zellenmischung beizubehalten, die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und sogar zerstört kleine Mengen Metall. Super. Und das wird intravenös gespritzt. Super. Ist das hier eine Schumann-Lampe? Daniel, warum spielst du dieses Spiel? Antworte. Warum spielst du dieses Spiel? Okay. Wie so eine Verhörungslange. Von der Polizei gecash-spielt oder so. Ich suche erstmal hier die Sachen nach Epic Loot. Epic Treasure. Hier. Irgendwas brummt hier. Ich kann nicht so hundertprozentig lokalisieren, von wo es kommt. Immerhin hat schon mal irgendjemand in weiser Voraussicht überall Licht angemacht. Oh, eine Brille. Oh. Hey, Laterne. Ich wusste, ich habe ja was vergessen. Und zwar irgendwie sehr dunkel. Ich konnte selbst kaum was erkennen. Okay, Tago. Die Zentrifuge. Die scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein. Und es stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einen flüchtigen Bastard, zwei Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Okay. Zwei Stoffe in die Zentrifuge. Dann machen wir... Dann haben wir sicherlich irgendwas ganz Tolles. Getrenntes. Holdingpans. Käfige. Super. Wer baut denn bitte sowas hier in den Untergrund? So unfassbar aufwendig. Für Schweine. Also, ja, ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt herausgefunden, dass hier irgendwelche komischen Monstrositäten geschaffen werden. Die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Okay. Die Neuerwerbung. Was ist das? Hey, buddy. Ist das eine Petrischale? Okay. Ich nehme dich immer mit. Vielleicht brauche ich dich irgendwo. Ah, nee, das ist keine Petrischale. Das ist so ein, ähm... Fuck! Wie nennt man das? Irgendwie so ein Kolben oder so. Wo man irgendwas anmischt. Scheiße. Chips? Kartoffeln? Wenn ich mich bisher auf eins verlassen konnte, ist, dass irgendwelche Monster plötzlich auftauchen und plötzlich wieder verschwinden. Teddybär. Ich habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegen genommen. Diese müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne. Wir stellen ihren Laudanum ruhig. Laudanum? Sie warten wie Vieh in einer Reihe, mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. In den Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Was? Irrenanstalt hört sich an wie Menschen. Wenn die Menschen oder so weiter irgendwie untergebracht sind und dann mit Schweinen gekreuzt, um irgendwelche Organe zu... Over there, place it in the corner. What? You think I speak Russian? Do I look like an inbreded hawk, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Okay. Aww. Hello? Ah! Fuck! Fuck! Ja, klar. Hier, komm, wir telefonieren mal. Der Lift wurde sabotagiert. Du musst einen anderen Weg finden, um den Tunnel zu finden. Geh dir in diesem Ort, Manders. Es ist die Krise des Wehls, die diese Korridoren stammt. Ich nehm mich auch mit, weil Sachen, die rumliegen und man in die Hand nehmen kann, man irgendwie immer wieder braucht. Äh, in diesem Moment. Fuck, ey. Hey, Clementine. Ne, Moment, falsch. Oh, Mann. 4. August 1898. Weitere Experimente mit der Verbindung X habe dem Hund Srucinin injiziert. Er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb kurz nach Mitternacht. Ich habe den Körper in ein großes Behältnis voller Verbindung X getaucht und mittels der Induktionsspule dreieinhalb Minuten lang Wechselstrom hinzugefügt. Dies regte eine partiale Wiederbelebung an. Die vor dem Tod erlittenen Schäden waren nach der Wiederbelebung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin in einem Zustand akuter Srucinin-Vergiftung, bis sich sein Leiden mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken? Vielleicht ja. Letztendlich ist das der grenetigste aller Selbstmorde. Einen ertrunkenen die Flüssigkeit in den Lungen mit Verbindung X ersetzen? Ja! Das sollte theoretisch eine perfekte Wiederbelegungsmethode sein. Krankes Arschloch. Was ist hier los, ey? Oh, ist hier mal eine offene Tür. Nehmen wir das mit. Ach, hier bin ich ja. Schmeiß mal das runter. Lustig, dass hier ein Kind da herläuft und dann plötzlich so ein krankes Blatt dahin legt. Ja, ich bin wieder bei der Zentrifuge. Gehen wir über einen anderen Weg, vielleicht da. Es fiel auf seine Hand und sie erodeten vor mir. Auf Stumps. Auf Stumps. Nächste Mal werden wir einen gleicheren Mix von Infusion, Vita und Organs Disperser benutzen. Nein, nein, nein. Geh ihn einfach raus. Du kannst ihn in den Räumen, für alles, was ich interessiere. Die Temperatur lagern. Hast du einen Teufel? Okay. Hey, danke schön. Was im Teufel ist das? Kann ich sie irgendwie benutzen? Hey, man kann sie wirklich hier benutzen. Ah, okay, das ist so eine Art Transportations, äh, Ding, womit man so Nachrichten hin und her schicken kann. So wie man das ganz, ganz früher gemacht hat. Okay. Okay. Was? Okay. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch, vorn und hinten. Und alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner letzten Kotze und jetzt gebe ich Organklumpen vor mir. Auf den schmutzigen Stein. Trink das, sagte er. Und ich trank es. Wegen der Veränderungen, die mein Inneres nach außen kehren, nieße ich meine Zähne aus. Wie die Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden. Aber ich sammle so viele wie ich kann und schiebe sie in meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen aus. Trink es, sagt er. Es wird gegen das Fieber helfen. Denn nicht alle von uns halten die Veränderungen aus. Auf dem anderen Tisch ein Bies unter der Decke. Niemals wollte ich darunter blicken. Aber es hat es auch getrunken. Aber es hat unter... Er hat es unter die Decke gerecht. Und ich höre, wie es trank. Oh mein Gott. Wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen, indem er noch leben. Ich muss zugeben, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spurschiff gelesen. Wow. Verzeihung für das Stottern. Ich will schnell rein, und auf diesem Burmesef könnte etwas hier fallen. Oh nein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ist gut, ist gut. Oh, faack. Ohaah. Ah, ist so hell Okay Ich wurde soeben wiedergeboren Fuck, fuck, fuck Nö, 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 nö Mann, ey Okay Darf ich jetzt nochmal alles von vorne machen? Okay, das scheint noch Okay, okay, okay Also irgendwas wurde gespeichert, okay Vielleicht, ähm Okay, vielleicht habe ich mir einfach nur ein bisschen was getan So, okay Okay, okay Okay, ich, okay Ich habe mittlerweile verstanden, worum es geht, vermutlich In den Transportationsmitteln Werden diese komischen Dinge dort eingelegt Und hoffentlich kommt kein bisher Schweinemensch jetzt in die Ecke Und Ich muss also jetzt Diese Komischen Kapseln nehmen, die ich gerade miteinander rumgeschleppt habe Und ich gehe jetzt einfach hier hoch Und reagiere überhaupt nicht darauf, was los ist Ich muss diese Kapseln nehmen Und diese dort Moment, hier war der Engel Oh Gott, die Maske ist weg, ey Ey Ne Und diese Kapseln nehmen Und diese dann In so ein komisches Transportationsmittel tun Was hier sicherlich irgendwo stehen wird Nicht da Bin ich auch rucki zucki wieder weg Ganz, 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 ganz schnell bin ich wieder weg Hier, da Tada Jetzt fällt sicherlich das Licht wieder aus Wie immer Und die Zantrifuge funktioniert nicht mehr Was ich auch immer zentrifugieren möchte Tja Jetzt muss ich noch zur Zantrifuge gehen Wo es sicherlich auch einen schnelleren Weg hingäbe Aber ich gehe jetzt einfach den Weg zurück, den ich bekommen bin So Eins Zwei Strom Da war keine sonderlich hohe Drehzahl Das Compound X Ein feuriges Gebräu Ich habe die Verbindung wie ein lebendiges Ding zischt und dampft sie in ihrem Behälter vor sich hin Ein wahres Hexengelee Zum Brennen und Ätzen Der Gläser in der Behälter ist eine merkwürdige Wahl Es sei denn Sie besteht aus Es besteht ein besonderer Grund Weshalb das allgegenwärtige Metall Nicht mit dieser sogenannten Verbindung X in Kontakt kommen darf Ich sollte mich nach weiteren Hinweisen umsehen Okay Kommst du hier irgendwo rein? Ist das jetzt nach oben damit oder? Ist das hier rein? Hier ist noch Ohlölölö Oder hier? So durch? Wow Ah Okay Ich verstehe Rüttel Rüttel Kommt mit X sollte eigentlich Metall schmelzen Nicht wahr? Ja Und nun? Oh ist das ein Tier? Gut dass ich das noch entdeckt habe Gut dass ich mal ein paar Biologiestudenten kannte die auch sowas gemacht haben Oder machen muss Oder auf ihres Studiums Aber ich bin kein Biologiestudent Ich bin mannlos Irgend so ein krankes Arschloch Was irgendwie so eine komische Schweinefarm betreibt Lass mich hier durch Bitte So Ältar Okay So Nehmen wir jetzt den Stuhl, um das Ding abzuschlagen Nein Okay Ich muss die Batterie wieder ausmachen Nein, komm For Science Für die Wissenschaft Moment, ah, kann ich noch mehr Compound X machen? Das wäre immer interessant Nein Mehr Compound X ist nicht drin Mandos Processing Company Mandos Processing Company Als Logo haben wir eine Glocke mit einer 4 Aha Mandos der 4. in der Generation Mandos, keine Ahnung, was mit 4? Ich verstehe nicht genau, wie ich jetzt weiter vorgehen soll Habe ich hier was übersehen? Ist hier irgendwas drin? Irgendwie, was womit ich Metall oder so weiter abknüppeln kann? Diesmal ist zumindest kein Alkohol hier unten drin Wie sonst immer Gott, diese Lampe hier Kann ich mit dem verrückten Mann telefonieren? Wir können Moment, kann ich hier vielleicht Achso, muss das vielleicht Das Licht darauf gerichtet werden? Ah Gott Daniel, hier Energie Okay Vielleicht nochmal alles durchlesen sollen Auf Wiedersehen Toady Ich will den nur raus Ich renne ja durch jeden Gang Komm her Daddy Faster, faster! Ja, schau Steady kommt Come on Ah, okay Dann kann man das Ja, dass man in Leiter steigt Hier ist keine Leiter, natürlich nicht Drop Okay Wieder Pause für hier Bis zum nächsten Mal, Leute Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.